Buongiorno, meine kleinen Makaroni zu einem neuen Part von Deadpool. Der Superheld ist back und wir sind auf dem Dach, um die Fetzen fliegen zu lassen. Ja, mal schauen. Es tut mir... Es tut mir nochmal... nochmal erwähnt. Es tut mir wirklich leid, dass ich so ruhig bin. Aber bei so einem Hack-und-Schlitz-Spiel kann man nicht wirklich viel zu quatschen, weil man damit beschäftigt ist, nicht zu sterben. Komm, raus aus deinem Versteck. Na, komm. Tot. Eiskalt niedergemacht. Munition ist voll, das habe ich nicht. So, den hätten wir erledigt. Lasst mich in Ruhe. Ja, ganz genau. Heli und dreh ein paar Runden damit. Heli, wie cool. Wann kratzt ab, Idiot. Zack, zack, zack. Wie gut, dass sie physisch nichts drauf haben. Ach, du Heiliger. Nein. Nein. Alter, bin ich gerade zersäbel schon. Ey, wow, heftig. Guck mal den Anzug an. Überall Schlitze und Risse und Wunden. Alter, Liebe zum Detail, wie ich sowas liebe. Hm, Lomsen. Zack. Ey. Es ist übrigens sehr schlau, sich hinter einem Geländer zu verstecken, wo man sowieso getroffen werden kann. Nicht gerade die Schlausten. Ja, meine. Okay. Was haben wir denn? Hier. Einfach irgendwas essen, was auf der Straße liegt. Kann nicht verkehrt sein. Okay. Ah, okay, da ist der Heli. Okay, gut. Gehen wir erst mal ein bisschen hier weiter. Zack, 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 zack. So. Oh, if you were still breathing, you would have loved that. I want him dead. Get shark one off the ground and rip him to pieces. Roger that, sir. Consider me handled. Ich will kein Wandsprung, ich will da hoch. What? You can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you into shredded cheese? Nein, nicht runter. Übernimm den verdammten Hubschrauber. Na los, sei keine Memme. Ich bin keine Memme. Hallo? Oh, look! Asshole! Oh! Ja, Angst einjagen ist immer sehr gut. Helikopter. Na, wo der ist, weiß ich selber. Bin ja nicht völlig verblödet. Auch wenn ich Deadpool bin. Huch. Eieiei, alter. Bitte heil dich mal kurz hoch. Huch. Okay. Es ist gerade etwas kritisch. Ich warte mal kurz, bis er sich wieder hochheilt, dank seinen tollen Fähigkeiten. Ich würde gerne da unten an das Geld kommen. Aber ich glaube, das darf ich noch nicht. Uh. Okay, ich kann ihm wirklich Angst einjagen. Das ist gut zu wissen. Den möchte ich gerne. Okay, ich muss da rüber. Ei, ei, ei. Alles klar. Nur Idioten unterwegs hier. Huch. Aha. Da sind Idioten. Uh. Er verpisst sich wieder. Sehr gut. Okay, es kommt mir niemanden nach. Ich stelle da nach. Er verzieht sich wieder. Der ist gar nicht mal so doof, der blöde Hund. Oder doch? Hm. Noch nicht. Du hast es erfasst. Du komische Stimme in meinem Kopf. Lass mich in Ruhe... Worauf schießt der blöd, Mann? Ich bin noch unter ihm. Depp. Mongo. Spacko. Das Gute ist, jetzt kann ich erst mal alles einsammeln. Nö? Hier unten hatten wir auch noch ein bisschen Geld. Ah, 2000 bringt so eine goldene. Sehr geil. Das tut man nicht alles für Geld, ey. Alter. Wollte ich mal sagen, ne? Holen wir uns jetzt den Heli. Sobald? Genau. Ich verliere ihn. Na, wie gefällt euch das? Ich mach aus euch Hackfleisch. Alter, wie geil ist das denn? Was? Ich versteh kein Wort. Minigun ist geil. Schade, ich treff die nicht mehr. Wir können das all den Tag machen. Episches Gemützel. Oh, warte. Hell yes! Hey, wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir können fliegen. Well, es ist gut zu haben, dass du träumst. Träumst, ja. Delusions? No! Ja! Ja, du wissen was anderes ist gut zu haben? Skills! Skills! Das ist vielleicht eine gute Zeit, um ein paar Upgrades zu kaufen. Also, kauf Upgrades. Okay. Jo, hast du das? Ja gut, ich guck mal eben. 180 Riesen, Alter! Kauf mich! Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch gar nichts. Okay, sehr schön. Aber wenn wir noch 100.000... Möchte ich die? Oder die? Was haben wir hier? Da, ähm... Nicht so toll, aus großer Distanz. Oh, sie will holen... Äh... Einkaufen. Damit lassen sie sich kommen. Denk an den Rückstoß. Sie spucken Feuer. Verstanden? Okay. Wechsle deine Neinkraftwaffen und deine Feuerwaffen. Wechsle mit deine Gadgets. Okay. Du kannst vor dem Werfen eines Gadgets auch ziehen, indem du gedrückt hältst. Das habe ich schon gemerkt. Lernen... Lernen dies... Deni, mach sie platt. Alles klar. Alter! Ich wusste, wir würden es machen. Jetzt, wo ist der Tag der Stunde? Senor Gentschlein. Zick, 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 zick. Well, you can't get me, Freak. My Panic Room is deadpool proof. Da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, ich bleibe erst mal bei dem hier. Ey, wie der einfach in den Schuss rennt. Huch. Gib mir den Taco. Und deinen Taco auch noch mit dazu. Okay, von hinten kommen sie jetzt nicht angeschissen, dachte ich, und wurde überrascht. Aber ist es groß genug? Ich habe deine Brücke. Holy crap! Holy crap! Um... May cause severe burns to Retina. Was ist Retina? Fuck him, das. Achtung, heiliger. Oh. 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 Alter, der ist doch irre, der Typ. Wo ist der Penner? Nimm das, auch wenn es nicht viel bringt. Alter. Ich glaube, ich sollte mal... Alter, ich sollte mal schnell eine Waffe kaufen. In aller Ruhe suche ich mir schnell was aus. Aha. Aha, okay. Wow. Alter. Alter. Aha. Problem oder so. Alter. Money in the bank. So, den hätten wir erledigt. Er erledigt. Alter, cool, dass ich die Waffe einfach benutzen kann. Bats. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Ah, warum ist es hier so schmerz? Oh Mann, was ist das? Oh, ja. Wo? Da war der Penner. Ich muss ein bisschen besser aufpassen auf den Fettklops. Wo? Wo seid ihr? Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein und schieße einfach alles wieder. Oh, yeah. Oh. Da ist der Dicke wieder. Ah, so kann ich die. Mann. Mann. Ah, Wichser. Ich hab nichts gesehen. Ah. Oh Mann, was ist das? Someone, get up to the penthouse and kill this asshole. Ah, you didn't really want an open casket ceremony anyway. Was? Mhm. Mhm. Und noch einen für dich. Und noch einen für dich. Dann lass ich jetzt mal. So, jetzt geht's doch endlich. Meine Fresse. Ja. Ich weiß nicht, was du nachher bist, du Masked-Freibe. Aber du wirst niemals mit mir, während ich in dieser Panic-Runde bin. Ich würde gerne testen diese Theorie. Hm. Wie viel C4 ist das? Es wird nicht mehr als 20 oz. Was? Oh, ich liebe das Metrik-Systeme. Wie viel in Amerika? Ich bin ja. Wie viel? Du hast die 7... Mann, mach das mal. Je benutze alles. Ja. Alter. Ja, das war großartig. Ich hab dir gesagt, 20 oz. Das war ziemlich süß, doch. Wie das, ein Impenetrableer, asshole. Bevleidig. Wir brauchen immer noch einen жив. Wir sind doch genau wie жив. Wir sind wirklich schwer. Hä? Immer noch große Fresse? Komm schon! Rede! 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 Aufs Gesicht, in die Fresse und nochmal dagegen. Wie geil! Ah! Darum die Hüpfburg. Ich verstehe. Ja, das war lustig! Ja, das war okay. Es ist nicht so, dass wir ein Do-Over bekommen. Die Hölle, wir nicht! Ja! 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 Ja, das ist was ich zu sagen! Peter, mein Mann! Sie all das? Buntload of awesomeness. Deadpool, du idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever you want! Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a-holes going with my contract? Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh, the fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him. Okay, interessant. Da darf ich nicht rein? Hoch? Oder wie auch immer? Boah, wie cool ist das denn? Yeah, wir tun das auch. Das Spiel ist ein altes. Oder ein bisschen moron. Mr. Deadpool. Uns ist das Budget ausgegangen, deswegen bekommen sie das hier. Alter, wie geil! Haha, Zelda des Grüßen! Das ist ja mega. Wie geil! Nimm das und das! Mmh, danke. Das ist ja voll geil! Alter, wie bescheuert ist das denn? Ich liebe die Color Palette hier. Ich liebe die Color Palette in hier. Yeah! Yeah! Uh! Two extra slices for just $9,99. Huh! Böses! Ähm... Interagieren? Ja, das ist ja voll geil! Ah! Ihr verrückten Fweeks! Boop-pa-peep! Hallo? Peter! Hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Wait. Budget? What the hell, man? Yes. You do realize that all games have budget. Peter. Sweetheart. Bubula. Let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. 1 million one? 1 million two? Cough it up. Ahaha! Verschwindet! One million two? One million. Ahaha! Alter, wie geil! One million one. One million two. Verfolge die Marauder, okay. Wie gut, dass ich nichts davon kenne. Da kann ich einfach runterspringen, oder? Mach ich einfach mal. Da seid ihr ja. Komm schon, stirb. Hallo? Stirb, hab ich gesagt, Mann. Mann, ich wollte einfach nicht draufgehen. Was, was? Scheiß, da hat der Hund drauf. Bats! 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 Machen wir eben mal kurze Prozesse. Wir haben mal ein bisschen die Shotgun. Langsam müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Komm ich hier hoch? Schade, leider nicht. Ich muss also weiter durch den Dreck hüppeln. Okay. Und zack! Yes, munter Säbeln! Yes, yes! Was ist da mit dem Scheiß, Alter? Erstmal hier, ne, ein bisschen einsammeln. Ich sollte auch mal vielleicht die Blendgranaten benutzen, aber scheiß da da unten drauf. Okay, hier ist nichts. Das Spiel ist so verdammt geil. Hammer, ich liebe es. Ich muss mir auch angewöhnen, welchen Klopp ich dafür drücken muss. So, geht doch. Erstmal wieder auf die Schotty wechseln. Erstmal kurz hier gucken. Yay, Kugeln! Bullets, yay! War ich hier nicht schon? Ähm, Pizza! Oh, geil, Pizza! Und Geld! Egal, die Pizza war es wert und das Geld auch. Ähm, nö, nö. Ich muss hier wieder. Dann hier durch. Es ist gut, dass ich alles erkunden möchte. Um möglichst viel vom Spiel mitzukriegen. So finde ich dann auch... Du kriegst dann auch ein paar Kleinigkeiten. Du kriegst dann auch ein paar Kleinigkeiten noch mit, wie Swish das Geld. Komische, abgefuckte Bitch. Ey, die brauchen mal wieder einen richtigen Kok. Aha, Babas, Chabas und Babus. Motherfucker. So, erst mal hier eine sammeln. Er wird nicht stoppen. Du bist ein Marauder. Mach einen Stand! Huch! Was willst du denn für einer? Hallo, ihr Gott! Der hält mich an Ben 10. Diese Leute können sicher eine Pfeil nehmen. Ich habe keine Angst vor dir. Und du bist tot. Du bist so uninvited to my birthday party. Ja, Geburtstagsfeier wäre schon ganz lustig mit dem. Alter, komischer Vogel. Ähm, wo muss ich jetzt überhaupt her? Das ist der falsche Weg, ne? Ah, das ist genau der richtige Weg, den ich haben wollte, um noch Geld abzugrabbeln. Sehr schön. Dann muss ich jetzt da lang. Wie überall die Fetzen rumliegen. Das war Gras, auch gut. Meine Verpeiltheit hat mir mal wieder ein bisschen Geld verschafft. Das finde ich sehr schön. So, ich frage mich, wie die anderen da durchkommen. Ohne Schaden zu nehmen. Aber erst einmal, der Part ist wieder... Oh, 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 oh. Oh, der Part ist mehr als voll. Haha, 28 Minuten schon. Geil. Wollen wir mal kurz gucken. Okay. Das und das machen wir mal. Bei dem weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich mache erst mal den hier. Jep. Weil damit bin ich doch ein bisschen glücklicher. Und... 15% mehr Schaden. Guck mal, wir ballern mal unser ganzes Geld raus. Ui. Verdammt. So, aber dann würde ich mal sagen, bleiben wir mal kurz in dem Bildschirm hier. Das war es für diesen Part. Bisschen Überlänge von 8, 9 Minuten. Boah. Warum nicht, wenn man einmal richtig drin ist, ne? Es tut mir leid. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist ja das reinste Gemetzel hier. Und ich sage es noch einmal, es tut mir leid, wenn ich zu leise bin. Es ist einfach so ein Hack- und Schlitzspiel. Da muss man halt sich auch mal ein bisschen konzentrieren. Sonst kriegt man nur aufs Mord. Wie man gegen diesen fetten Typ wie mit dem Raketenwaffe gesehen hat. Ist auch genug davon. In dem Sinne noch einmal Arrivederci, meine Klammerkronis. Und im nächsten Part halten wir uns wieder schön so an ungefähr 20 Minuten plus minus ein paar Minuten. Ja. Klappt ja auch immer ganz super. Tüdelü. Mann, Leute, das war die volle Ladung. Wir sind mit mir Helikopter geflogen. Hab alles zerschossen. Wir sind fast gestorben. Mehrfach wegen so einem fetten Mega-Klopper-Brocken-Flumpen-Pumpen. Und was kommt als nächstes? Wiederabfluss. Yeah. Im alten Zelda-Format. Alter, wie geil ist das denn? Gut, dass das Budget überzogen wurde. Sonst hätten wir nicht dieses coole Zelda-Flair kurz gehabt, nachdem wir das ganze Budget aufgebraucht haben. Yeah. Ja, und dann noch dieses... Alter, Deadpool ist so geil. Coole Sau, coole Sau. Und dann würde ich mal sagen, ne? Im nächsten Part gehen wir wieder durch die Kacke und werden dann erstmal alle zu Klump hauen. Schnetzeln, prügeln und so weiter. Und ich bin gespannt, was uns noch so... Ich sag mal, an die Eier packen möchte, ne? In dem Sinne, Arrivederci, meine Klein-Makaronis. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir durch Scheiße warten. Tüdelü. Pfff. 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 Bis zum nächsten Mal.